Der Ball fliegt in die rechte Ecke und wird gehalten! So der Ball zurück im Spiel, super Konter, Deutschland fährt vor und schießt aufs Tor. Tor, Tor! Der Ball ist drin, Deutschland führt. Abpfiff, das Spiel ist aus, Deutschland gewinnt, das Stadion jubelt, die Mannschaft feiert. Noch schnell ein Mannschaftsfoto mit dem Pokal, danach darf gefeiert werden. Das war ein aufregendes Spiel.